Anfang 1834 gründete der im südhessischen Gott der Lau gebürtige Schriftsteller Georg Büchner in Gießen die Gesellschaft für Menschenrechte. Er plante dort zusammen mit dem in Butzbach tätigen Rektor Friedrich Ludwig Weidig eine Flugschrift. Mit ihr sollte die breite Masse der ländlichen Bevölkerung revolutionsbereit gemacht werden. Das Schlagwort lautete Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Diese Schrift wurde in der Nacht zum 31. Juli 1834 gedruckt und heimlich im Großherzogtum Hessen verteilt. Es handelt sich um den berühmten hessischen Landboten, der als achtseitige Druckschrift herausgebracht wurde und die sozialen Missstände der Zeit anprangerte. So heißt es dort zu Beginn, Im Jahr 1834 sieht es aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, als hätte Gott die Bauern und Handwerker am fünften Tage und die Fürsten und Vornehmen am sechsten gemacht, und als hätte der Herr zu diesen gesagt, herrschet über alles Getier, das auf Erden kriecht, und hätte die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt. Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag. Sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden eine eigene Sprache. Das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker. Der Bauer geht hinter dem Flug, der Vornehme aber geht hinter ihm und dem Flug und treibt ihn mit den Ochsen am Flug. Er nimmt das Korn und lässt ihm die stoppeln. Im August wurde einer von Büchners Mitstreitern verhaftet. Auch Büchner wurde vernommen, jedoch nicht verhaftet. Er floh im März 1835 nach Straßburg. Gestorben ist er schließlich am 19. Februar 1837 mit 23 Jahren in Zürich. Er ist ein Spre fadesstationer.